hallo mein name ist Thorsten Tiet ich bin der betreiber der seite aktienfinder.net dem aktienscreener für wachstumswerte und in diesem video zeige ich ihnen wie sie in weniger als einer minute ein besseres aktiendepot zusammenstellen als es bei den meisten anlegern der fall ist das heißt wir fangen schon mal an wir werden in dem depot bessere qualitativ hochwertigere aktien haben als die meisten anderen anleger und deshalb gehen wir davon aus dass wir eine bessere rendite mit dem depot erzielen als es eben bei den meisten anlegern der fall sein wird und wir sagen jetzt waren wir haben 10.000 euro wollen kleines depot machen mit zehn aktien 1000 euro pro position dann fange ich an indem ich mal filter auf aktien die den drei auszeichnungen im aktienfinder entsprechen dann sage ich ich möchte noch nach marktkapitalisierung sortieren also die größten firmen ganz zuerst und jetzt geht es los 1 2 3 4 6 7 8 9 10 und das ist es in dieses depot ist dem groß wenn man jetzt alle diese kaufen würde das wäre dem großteil aller anderen depots von anlegern überlegen und wir kommen jetzt darauf nicht größenwahnsinnig ich weiß einfach dass die auszeichnung bzw dass die algorithmen die hinter diesen auszeichnungen stehen dass die funktionieren und kann man es auch so eine art plausi check machen in dem mensch natürlich einfach mal die aktien kurz durchgehen sondern weiß zum beispiel tencent wird auch als facebook china bezeichnet das ist eine wahre gewinnrakete das kann man hier auch schön sehen ob es der gewinn ist der operative cashflow dann haben wir jetzt nicht alle einzelnen an auf ein paar kann ich ja schon anklicken dann haben wir ja nur wo nord ist der weltmarktführer im bereich diabetes nike kennt ja wahrscheinlich jeder locket martin rüstung neue companies das ist ja so eine art obi in usa sage ich mal da hier transport tx mode ja ähnlich wie h&m ecolabs die forschen auch vor allem im bereich die hygiene compass group nahrung und so weiter und wir sehen dass wir auch international diversifiziert sind sogar um dass wir auch in den branchen diversifiziert sind und werden wirklich auf große unternehmen gesetzt die schütten auch alle mindestens seit zehn jahren dividende aus also und haben die auch nicht gesenkt in dieser zeit und ja ich sage jetzt nicht dass sie so vorgehen sollen wenn sie aktien suchen einfach wild anklicken oder nur anklicken und vielleicht die charts angucken und dann kaufen aber als vorauswahl macht es auf jeden fall sinn gehen sie noch auf die seite von investor relations informieren sie sich in den nachrichten dass falls sie den versorgen angeklickt haben dass da nicht gerade gestern irgendein kraftwerk explodiert ist schauen sie nach verstehen so was die firma macht dass sie ein gutes gefühl haben und dann können sie im verbunden mit dem aktienfinder wirklich im sehr guten depot kommen so das war jetzt bestimmt schon drei minuten und das soll jetzt mal reichen für dieses video dann würde ich einfach mal vorschlagen sie probieren sich selber mal aus mitgliedschaft ist kostenlos würde mich freuen wenn sich sie als mitglied begrüßen dürfte und dann bis zum nächsten mal